Hallo Chef, guten Morgen. Chef, ich muss dir was erzählen. Weißt du, wie Leute hier in Bosnien arbeiten? Die kommen morgen in die Firma, dann zuerst Kaffee trinken, dann frühstücken und dann arbeiten gehen. Und dann ich denke, wir vielleicht auch so machen in Deutschland. Das ist keine gute Idee, okay, okay. Warum, Chef? Weil Kaffee Blutdruck durcheinander bringen. Dann kann er auf Baustelle schief gehen, okay. Aber dann vielleicht frühstücken und dann arbeiten gehen. Aber du hast nicht gegen Frühstück. Aber zu Hause, bevor in die Firma kommen, alles klar, Chef. Alles klar. Und dann am besten Kaffee so gegen Mittag trinken. Am besten gar nichts trinken. Warum, Chef? Weil diese immer aufs Klo treiben. Da muss man noch Pipi machen. Stimmt, das habe ich auch gemerkt. Nur ein paar Schluck Wasser. Und das reicht. Und wenn man nach Hause kommt, kann man Kaffee trinken. Alles klar, Chef. Soll ich dann denen sagen, dass die falsch machen hier? Am besten gar nichts sagen, okay. Die sollen eigene Fehler selber merken. Alles klar. Weil nur so kann man diese Fehler wegmachen. Alles klar, Chef. Alles klar. Ich sage dann nichts. Ich bin auch nichts bezahlt, anderen Tipps zu geben. Alles klar, Chef. Mach ich nichts. Alles klar. Vielen Dank, Chef. Wünsche dir einen schönen Tag.